Hallo zusammen, ich bin Tim. Ich bin im ersten Lehrjahr als Kunststofftechnologe in der EREX in Sins. Ich bin Luca und bin im vierten Lehrjahr als Kunststofftechnologe. Wir zeigen euch heute unsere Firma. Wenn du bei uns in der EREX AG eine Lehre machst, dann wirst du in vielen verschiedenen Abteilungen arbeiten, wie zum Beispiel Technikum, Qualitätssicherung und alle Produktionsabteilungen. So lernst du alle unsere Erfahrungen und Produkte kennen. Da die EREX Schaumstoffe im Extrusionsverfahren herstellt, wirst du lernen, wie das Verfahren funktioniert und wie man die Anlage bedient. Neben dem Bedienen lernen wir auch, wie man die Anlage wartet, sodass Produkte immer färberfrei produziert werden. Die Zusammenarbeit mit anderen Lehrlingen ist sehr neu, da wir auch jedes Jahr ein Lehrlingslager und eine Lehrlingsreise haben. Besonders gefällt mir an dem Beruf, dass er so abwechslungsreich ist und dass man die Welt des Kunststoffes kennenlernt. Auch das Handwerker zu arbeiten sowie die technischen Herausforderungen finde ich super. Wenn du ein Produkt hergestellt hast, wirst du dann auch in der Qualität sicher und gut verschiedene Arten testen, damit auch festzustellen, ob das Produkt in Ordnung ist und richtig aufgeht. Wenn du ein gutes technisches Verständnis hast und Freude an Mathe, Physik und Chemie hast, dann ist die Lehre genau das Richtige für dich. Wenn du Interesse hast, dann komm doch zu uns schnuppern. Wir freuen uns auf dich.